Oh, da ist wieder so ein... Irgendwas, wo wir nicht hinkommen. Geht's jetzt in die andere Richtung? Ja. Okay, weiter geht's. Äh, ah, jetzt muss er eh durch. Und kommt aber nicht durch. Oh, das ist aber schabend. Können wir was gar nicht vorstellen. Ne. Achso, wir können natürlich das so versuchen. Ah, okay. Schau mal. Ach, Mist. So genau zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Ja, okay, sehr schön. Okay, so, da kommen wir definitiv nicht leben durch. Und, oh komm, wir werden schon mal den Schalter sehen. Uh-huh. Oh. Zu wenig Schwung. Wir können eigentlich auch mal nichts anfangen. Schade. Na. Das schaffen wir nicht. Nein, das ist aber kein Schluss mehr. Und wir sind tot. 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 So verdammt tot. 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 So gut. Wie kriege ich das Ding denn dazu? Mehr Schwung zu bekommen. What? Ach so, ja. Vielleicht sollte ich die Schiene auch erst aktivieren. Wenn das Ding auch wieder hier drüben ist. Ich hab mal wieder doppelt nach oben gedrückt. Oh. So. Dann kommen wir zurück. Ja. Da. Easy. Ganz easy. Und jetzt werde ich wahrscheinlich. Super bang. Direkt wieder sterben. Oh ne. Ich hätte erst diesen Wagen hier überschieben. Oh Gott. Wer soll denn noch in sowas denken? So. Wahrscheinlich war das auch verkehrt. Ich hätte es wahrscheinlich genau unter den links stellen müssen. Aber bei Limbo lernt man ja auch aus seinen Federn. Ja. Ich hätte es tatsächlich genau unter mich stellen müssen. Ja. Und das Minecraft überrollt uns auch noch. Also. Danke. Ja. Dann einmal. To the left. Zack. Ah. Ah. Ist gut. So. Dann. Dann. Das wieder an den Rand. Das kriegen wir jetzt ja immerhin relativ schnell hin. Ja. Dann noch. Warten bis zum Ende. Ja. Ich erwarte bis er bei uns ist. Okay. Wo? Ah. Ne. Geht doch. Es wird dunkel. Jetzt wird es ja dunkel. Da ist ein Leiter. Nehme ich die? Nehme ich die? Ich nehme sie. Lauf, 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 lauf. Oh. 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 All right. Oh. Wie soll ich denn. Halt, da kann ich durch nur sprechen oder? Ahhh, klein Stück. Okay, ich darf nicht zu schnell sein. Oh Gott, ein Stück war's. Boah, ist das fies, das ist immer, wenn man sieht gar nicht, wann man abspringen muss. Oh oh. Oh oh. Ach, ihr seid doch schweine. Ihr seid doch schweine. Aha, wie das ist. So, kurz warten, dass wir von der Schiene runter sind und... Hä? Jetzt kleidet das Ding doch wieder dagegen. Egal was ich mache. Oh. Ehhhh. Guck mal was Ding jetzt hier. Können wir uns da vorstellen. Wenn er nicht so viel gesprungen hat. Das geht aber natürlich schnell. Das auch. Ah, das geht sogar noch. So, jetzt müssen wir noch was schaffen. Boah, lauf, lauf, lauf. Ähhhh. Ich sehe nichts. Ich glaube nicht. Ich kann auch mal kurz mal darüber springen. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. So, ah, da rüber können wir auf jeden Fall schon mal wieder springen. So, jetzt muss das Licht mal kurz kommen, jawohl. Ja. Ja. Okay. Okay. Da war irgendwas. Ja. Jetzt seh ich leider gar nichts. Da geht's rein. Oh, da kommt eine Kiste runter. Die schieb ich noch, rege ich noch hier unten. So, auch gewuppt. Dann, kommen wir jetzt wieder in den Wald? Ne, wir sind immer noch in der Fabrik. Da ist irgendein Laser. Was passiert, wenn ich auf den Laser komme? Da sind sogar zwei Laser. So, wir müssen uns was testen. Holy shit. So, wir müssen uns mal wieder in den Wald. So, wir müssen uns mal wieder in den Wald. So, wir müssen uns mal wieder in den Wald. Aha. Schön, dass die Musik so nach Freiheit klingt und wir einfach mal mit irgendwelchen Maschinenpistolen getötet werden. Okay, das bringt nichts, wenn wir da drüben sind. Ach, wir müssen wahrscheinlich mit dem oberen. Das Papiergewehr hier ausschalten, oder? Das Papiergewehr hier ausschalten, oder? Kriegt das irgendwas? Da? Ja. Ah, wunderschön. Jetzt sind wir das eine los. Es hat auch die wunderbare Freiheitsmusik aufgehört, wo das Maschinengewehr kaputt gegangen ist. Ist das hier ne Falle? Ne. Ah, was haben wir hier? Ne Kiste? Mach ne Kiste. Die erste Kiste. Das gefällt mir. Nein. Komm mal runter bitte. Wolltest du um? Nein. Warum werden wir eigentlich nicht so hoch gezogen? Hm, na gut. Dann machen wir's anders. Nein. Ach, verdammt. Ja, die muss ans Ende. Um dann, na ja. Um die da nach oben zu kommen. Mist. Die zweite Kiste hier auch lassen. Was hier dann? Klasse. Nichts. Gar nichts. So, mal gucken ob das jetzt mal ausreicht. Ne. Au. Oh. Oh. Der Kleine. Von den Kisten erschlagen. Ähm. Mist. Ich würde da gerne mit. Hm. Schaffen wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir... Ah. Okay. 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 Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Shit. Komm mal bei dir raus. So. Das ist die erste. Zweite. Das bringt nichts. Ich hätte gern übereinander. Das wäre ich mit dem Boot auch immer. Spieler weiter. Ich muss mal in der Hölle nachdenken. Das ist vielleicht auch ein Assign. So. Und jetzt hier. Der Mist. Au. 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 Ach. Wie böse. Ach. Wie böse. Ja, ich brauche auf jeden Fall beide Kisten Die eine muss exakt hier vorne runterkommen Damit ich gleich da rauf springen kann Okay, das macht keinen Sinn So, dass sie genau an der Kante hier bleibt Ganz, ganz leicht drüber geht So, jetzt vielleicht Nee Nee, nee Aber schon mal deutlich besser Deutlich besser Das könnte vielleicht sogar richtig sein Wie sie gerade steht Ja, nein Millimeter weiter Das könnte wieder zu viel sein Ja So Oh, wieder ein kleines bisschen zu viel Scheiße, dass die da nicht oben bleiben So Aha Aha Ja Millimeter zu wenig So, stopp Ach, kacke So, jetzt auch Ach, wieder Ich weiß doch gar nicht, ob das so überhaupt gehen soll Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Was ist denn eigentlich, wenn ich die rausziehe Von erster hinschiebe B minutes Ja, ja Können wir hier hinten noch irgendwas Was wollen wir benutzen können? Nein. Wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Medikistus hier.